Hi, hier ist der Gunnar, ich bin mit Frankie unterwegs. Wir sind so um kurz nach neun Abend, Donnerstag ist heute, ja, Donnerstag durch Heimstädt durch, Kilometer 450 und sind jetzt auch in Heimstädt im wundervollen Hotel. Wir werden pro Sonntag gar nie zahlen, nennen wir die pro Sonntag zu uns und wärmen uns auf, da wir hatten heute ab 11 Uhr Regen, sprich 6 Stunden Dauerregen und danach waren wir noch bis zum Ende. Nach der Kleidung in unseren Schuhen stand das Wasser. Wir hatten ein sehr schöner Abenteuer mit unzähligen Kreuzungen von Elektrozäumen mit einem Highlight, das uns einmal das Rad ausgerutscht ist beim da rüberheben. Und da alles so anders war, haben wir immer, weil immer wir das Rad anfassten, egal auf welche Art und Weise, ein Gewicht bekommen und standen techno-zuckend vor diesem Rad und haben irgendwie versucht hochzudeikern, um von einem Taun runter, von einem Elektroleib runterzukriegen. Das war ein Bild für die Götter, denke ich. Wir hatten eine Menge Spaß. Wir haben uns irgendwie dafür schon hinkommen. Wir hatten für den Rest des Tages was Schallendes, weil wir das überlachen konnten. Das war angesichts der Trails und des Wetters ist uns das Lachen ein bisschen auch mal vergangen, eine Sekunde. Okay, bis dahin. Ciao.